Und damit ganz herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video von Selbstorientiert für Mediziner und Medizinerinnen. Wir gucken uns heute den Dünndarm an, beziehungsweise Intestinum Tenue. Und dabei gucken wir uns die verschiedenen Lagen, Gliederungen, Funktionen, Innovationen, Gefäßversorgung und viele weitere histologisch relevanten Funktionen an. Und ganz wichtig ist dabei, wir haben verschiedene Kurse, beziehungsweise Bücher, die ihr für die Vorklinik braucht und insbesondere natürlich für das Fach Anatomie braucht, weil es ja so groß ist, jetzt einmal in der Videobeschreibung verlinkt. Das heißt, ein bisschen Werbung in eigener Sache, aber natürlich, wenn ihr jetzt insbesondere noch den Prometheus braucht oder auch verschiedene Endspurt-Skripte, dann könnt ihr die gerne über unsere Links kaufen. Wir haben euch das Relevante einmal in die Videobeschreibung gepackt, falls es euch interessiert. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr das ein bisschen anguckt. Ein bisschen Werbung in eigener Sache und jetzt würde ich sagen, starten wir in das Video. Gucken wir uns zunächst die makroskopische Betrachtung des Dünndarms an. Dabei wollen wir zunächst auf topografische Lage eingehen, gucken uns die Gliederungen an, gucken uns an, wie wird das Ganze innerviert und dann gucken wir uns auch die Gefäßversorgung und die Funktion an. Und bei all diesen verschiedenen Dingen gucken wir uns jetzt zunächst die topografische Lage an. Starten wir mit der topografischen Lage des Dünndarms und da ist es so, dass er sekundär retroperitoneal liegt. Das heißt, hier ist es so, dass wir bis auf die Parsuperior Dududinie eine komplett retroperitoneale Lage haben. Nur bei dieser Parsuperior haben wir entsprechend eine intraperitoneale Lage. Bei der Parsuperior auf Höhe des Lendenwirbels 1 finden wir im Anschluss entsprechend auch an den Magen. Das heißt, hier sehen wir diese Verknüpfung, die wir bereits auch anhand dieser Zeichnung hier einmal erahnen können. Ganz wichtig, also wir haben sekundär retroperitoneal bis auf diese eine Ausnahme, Parsuperior Dududinie mit intraperitonealer Lage. Und dann haben wir auch die Parsuperior, die auf Höhe des Lendenwirbels 1 in Anschluss des Magens liegt. Dann gibt es noch die Parsdescendenz, die auf Höhe der Wirbelsäule liegt und die Parshorizontales, die entsprechend auf Höhe des Lendenwirbels 3 liegt. Das heißt, man kann sich das so ein bisschen merken. Lendenwirbel 1, Lendenwirbel 3 superior zu Horizontales. Und dann haben wir noch die Parsascendenz, die auf Höhe des Bauchnabels liegt. Und dabei haben wir einen Übergang in das Lexura Dududin Dehnon Jejunalis. Das heißt, hier finden wir einen ganz wichtigen Übergang, den wir einmal entsprechend auch benennen müssen, um die Lage entsprechend berücksichtigen zu können. Also ganz wichtig, grob diese Aufteilung in die topografischen Lagen. Insbesondere kann man sich sehr prägnant merken, Parsuperior liegt auf Lendenwirbel 1 Höhe und Parsdescendenz auf Höhe der Wirbelsäule und die Parshorizontales entsprechend auf Höhe des Lendenwirbels 3. Diese verschiedenen Lagen sind natürlich sehr wichtig. Und insbesondere, und da darf man sich nicht verwirren lassen, grundsätzlich die Lage ist sekundär retoperitoneal. In einer Prüfung könntet ihr aber natürlich auch gefragt werden, ist es denn ein komplett retoperitoneales Organ? Und da werdet ihr natürlich dann darauf achten. Nein, es gibt eben diese Ausnahme mit der Parsuperior Dududin Dehnye, die entsprechend intraperitoneal liegt. Und da müsst ihr dann entsprechend darauf eingehen. Und damit soll es auch zur topografischen Lage gewesen sein. Kommen wir jetzt zu der Gliederung. Wie kann man den Dünndarm anatomisch untergliedern? Und da ist es einmal so, dass wir grundsätzlich die Unterteilung Parsuperior, Parsdescendenz, Parshorizontales, Parsascendenz, Iunum und Ilium nehmen können. Wir wollen euch die verschiedenen Gliederungen aber jetzt nochmal ganz genau erklären. Zunächst gucken wir uns einmal die Parsuperior an. Grob ist sie ungefähr 4 bis 5 cm lang. Und dabei geht es um die Erweiterung des Anfangabschnitts zur Ampulla mit entsprechend Übergang zu Bulbus Duoden Dehnye. Also das der Grundsatz mit dem Parsuperior. Dann haben wir den Parsdescendenz mit 10 cm, deutlich länger, doppelt so lang typischerweise wie Parsuperior. Und damit finden wir hier das Aufhängeband Kolontransversum da. Und wir haben hier ein Gangsystem des Pankreas und auch entsprechend der Leber, was hier mündet. Also da finden wir entsprechend das in der Parsdescendenz entsprechend wieder. Weswegen diese Parsdescendenz auch insbesondere in der anatomischen Gliederung immer wieder hervorgehoben wird. Einerseits natürlich, weil man sie gut erkennen kann. Andererseits aber entsprechend auch, weil wir dieses charakteristische Aufhängeband Kolontransversum haben, was hier definitiv benannt werden sollte. Dann haben wir das Parshorizontales. Und dort haben wir die Arteria und Vena Mesenterica Superior, die ihr euch definitiv merken solltet. Und genauso die Parsascendenz, wo wir hier mit dem Bündel von glatten Muskelzellen an die Mesenteria Superior Arteria gebunden sind. Und da finden wir auch den Trittsmuskel, also den Musculus Suspensoris Duodendeni. Also hier entsprechend die Parshorizontales durch verschiedene Muskeln, beziehungsweise durch verschiedene Bündel von glatten Muskelzellen entsprechend gebunden. Und dann haben wir noch das Iunum. Dort handelt es sich um einen dicken und stärker vaskularisierten Teil des Dünndarms, der entsprechend dann zu einer starken Rötung auch führt. Außerdem schließt er sich an die Flexuradur, den Deno Iunalis an. Und abschließend noch das Ilium als sehr wichtiger Part, der entsprechend anterograde Passage des Darminhalts darstellt. Dabei geht es hier darum, dass man verhindert, eine Vermischung von Keimen durchzuführen. Und letztendlich haben wir entsprechend auch in der rechten unteren Bauchhöhle eine Mündung in die Valva Iliococcalis. Dabei ist das entsprechend eine lokale Verstärkung der Rinnenmuskulatur. Das heißt, hier haben wir die sogenannte Bauhin-Klappe. Das sind die verschiedenen anatomischen Gliederungen und entsprechend die Zusatzinformationen, die ihr definitiv braucht. Wenn ihr euch den Dunndarm anguckt, ganz wichtig einmal zu merken, Pass-Ascendenz mit den Bündeln von glatten Muskelzellen, bei entsprechenden Treizmuskeln. Und ganz wichtig auch das Aufhängeband, Kolontransversum beim Pass-Dissendenz mit 10 cm Länge. Und natürlich auch die Hervorhebung, dass das Iunum deutlich dicker und stärker vaskularisiert ist und das entsprechend zu einer starken Rötung führt, die ihr entsprechend auch gut erkennen könnt. Außerdem vielleicht noch hervorzuheben, Pass-Superior 4 bis 5 cm lang, Pass-Desendenz 10 cm lang und dementsprechend in der anatomischen Gliederung auch klar zu unterscheiden. Kommen wir dann zu der Innovation. Und dabei wollen wir uns insbesondere natürlich die sympathische und parasympathische Innovation angucken. Aber auch das intramorale Nervensystem ist sehr wichtig für den Dünndarm. Bei der sympathischen Innovation ist es so, dass die sympathische Innovation dazu führt, dass die Hemmung der Peristaltik des Dünndarms eintritt. Bei der parasympathischen Innovation hingegen geht es darum, dass die Beschleunigung der Peristaltik eintritt. Und zudem haben wir hier den Truncus vagalis posterior, der entsprechend den Plexus mesentericus superior führt. Das sind die zwei wichtigsten Innovationen, die durch den parasympathischen Part erledigt werden. Das heißt, hier haben wir so einen direkten Gegensatz von Sympathikus und Parasympathikus. Sympathikus führt entsprechend zur Hemmung der Peristaltik und Parasympathikus führt entsprechend zur Beschleunigung der Peristaltik. Dann haben wir aber auch noch das intramorale Nervensystem, was eine sehr wichtige Funktion im Dünndarm erfüllt. Hier ist es nämlich so, dass wir dieses intrinsische Nervensystem vorfinden, was aus Plexus submucosus und Plexus mesentericus besteht und der Submucosus zwischen Lamina muscularis mucose und Tunica muscularis vorzufinden ist. Und dabei geht es hier insbesondere um die Steuerung der Darmmotorik. Das heißt, das intramorale Nervensystem ist dazu da, dass wir eine Steuerung der Darmmotorik vorfinden und diese entsprechend ermöglichen können. Sympathikus hemmt die Peristaltik des Dünndarms und Parasympathikus beschleunigt die Peristaltik. Das ist die grobe Unterteilung der verschiedenen Innovationen, die wir hier vorfinden können. Kommen wir dann zu der Gefäßversorgung. Wie wird der Dünndarm überhaupt über verschiedene Gefäße erreicht? Die arterielle Versorgung wird dabei insbesondere durch den Arteria pancreatic duodendalis erreicht. Das heißt, hier ist es so, dass der Truncus coeliacus mit Arterica mesenterica superior und der Arteria pancreatica duodendalis entsprechend superior und inferior verläuft. Und zudem haben wir hier auch einen Hauptteil, der über das Blut, über diese arterielle Versorgung verläuft. Und dabei finden verschiedene Gefäßarkaden und Gefäßanastomosen immer wieder, können wir hier immer wieder vorfinden. Und das Illium hat weniger Gefäßarkaden, hat aber entsprechende stärkere Verknüpfung. Wir hatten das ja schon einmal angesprochen. Beim Illium finden wir häufig eine sehr starke Rötung vor, die in der arteriellen Versorgung dann entsprechend auch begründet ist. Das Jejunum bildet verschiedene Gefäßarkaden und dafür haben wir bis zu 18 Gefäßäste. Das heißt, die arterielle Versorgung zeichnet sich insbesondere in Unterschieden zwischen Illium und Jejunum aus. Insbesondere hier eben Illium hat weniger Gefäßarkaden. Jejunum müsst ihr euch merken, dass es mehr Gefäßarkaden hat aus bis zu 18 Gefäßästen. Also eine sehr hohe Anzahl von Gefäßästen. Dann haben wir den venösen Blutabfluss, der entsprechend durch die Veni-Pankreatic duodenalis in die Vena portae verläuft. Und dabei ist es so, dass hier entsprechend die Pars superior, dort die Venen präpylorisch liegen. Und im Jejunum und Illium ist es so, dass die Venae Jejunalis e Ilealis in die Venae Mesenterica superior verlaufen. Das heißt, die verlaufen ganz ähnlich wie entsprechend auch die Arterien. Das sollte man sich definitiv merken, wenn wir uns hier den venösen Blutabfluss angucken. Zudem haben wir noch den Lymphabfluss. Da ist es so, dass wir vorderseitig die Hepatiki und Koleiaki finden. Und rückseitig gelangt das in den Trunkus intestinalis. Und das Jejunum und Illium gibt über den Mesenteriki entsprechend das Ganze ab. Und hier ist ganz wichtig hervorzuheben, dass wir eine Dünndarmwandlung haben mit Gefäßarkaden, die proximal an die Arteria Mesenterica superior verlaufen. Also hier die verschiedene Gefäßversorgung, die einerseits durch die arterielle Versorgung verläuft. Insbesondere hier wichtig zu wissen, dass wir verschiedene Gefäßarkaden und Anastomosen haben. Beim venösen Blutabfluss wichtig zu merken, dass wir den Abfluss in die Venae Porte haben. Und dann Lymphgefäße, die über Hepatiki und Koleiaki verlaufen. Abschließend wollen wir uns jetzt noch die Funktion angucken. Was ist überhaupt die Funktion des Dünndarms? Wie verläuft das Ganze? Und dabei hat der Dünndarm insbesondere natürlich die Funktion, eine enzymatische Verdauung und Resorption der Nahrung zu garantieren. Zudem sind verschiedene Enzyme aus dem Pankreas vorhanden, die entsprechend hier auch wirken können. Das wird entsprechend über diese Enzyme dann vermittelt. Das heißt, enzymatische Verdauung und Resorption der Nahrung wird vermittelt durch den Pankreas. Und dann haben wir auch noch entsprechend den Abbau von Fetten und Glycerin, der durch die Gallensäure aus der Leber vermittelt wird. Das heißt, wir sehen hier im Dünndarm kommen verschiedene Funktionen zum Tragen, die durch andere Organe wiederum vermittelt werden. Also ganz wichtig zu merken, enzymatische Verdauung und Resorption der Nahrung verläuft hier. Und dabei wird das Ganze vermittelt über Enzyme aus dem Pankreas. Dabei findet außerdem noch ein Abbau von Fetten und Glycerin statt, der entsprechend durch Gallensäure aus der Leber vermittelt wird. Also wichtig zu merken, wir haben hier Leber und entsprechend auch den Pankreas, der ganz wichtig ist, um entsprechend die Funktion des Dünndarms zu garantieren. Und damit wollen wir jetzt auch zur Histologie kommen. Und dabei bei der histologischen Betrachtung des Dünndarms ist es natürlich ganz wichtig, sich die verschiedenen wichtigen Unterteilungen, verschiedene Untergliederungen des Dünndarms bewusst zu machen. Und deshalb wollen wir uns zunächst das Duodenum angucken, gehen dann auf das Iunum ein, aber auch auf das Ilium und wollen dann nochmal das Wichtigste, was entsprechend histologisch hervorzuheben ist, betrachten. Dabei starten wir jetzt mit dem Duodenum. Kommen wir zunächst zum Duodenum. Beim Duodenum geht es zu beachten, dass wir eine breite, hohe und dichtstehende Plika Circularis haben. Dabei ist es so, dass hier die verschiedenen Glandule Duodenales und auch die Brunnerdrüsen ganz charakteristisch sind. Diese finden sich in der Tela Submucosa. Das heißt, ganz typisch, ganz wichtig, ihr solltet euch merken, wo die Brunnerdrüsen vorhanden sind und wo die Glandule Duodenales vorhanden sind, nämlich in der Tela Submucosa. Zudem haben wir hier sekret abführende Anteile der Drüsen, die sich in der Lamina Muscularis vorfinden. Das heißt, das solltet ihr euch definitiv auch merken, dass wir da Unterschiede vorfinden, wie entsprechend diese abführenden Anteile der Drüsen sich in der Lamina Muscularis vorfinden lassen. Außerdem haben wir Drüsenzellenzytoplasma, was sehr hell ist. Das heißt, das könnt ihr sehr schnell, sehr charakteristisch, entsprechend im histologischen Bild auch unterscheiden. Ganz wichtig hier also, darauf einzugehen, wie sind die verschiedenen Drüsenzellen organisiert, wie ist das Zytoplasma und welche Helligkeitsstufe finden wir hier entsprechend im histologischen Bild, um dann nachweisen zu können, wie entsprechend auch dieses Drüsenzellenzytoplasma aussieht. Und dann haben wir lymphatisches Gewebe, was hauptsächlich aus Solitärfolikel entsprechend besteht. Das heißt, das lässt sich entsprechend im histologischen Bild auch schön nachweisen. Wie immer gilt natürlich, wir können leider keine histologischen Bilder aufgrund des Urheberrechts nachweisen. Falls ihr entsprechende Bilder aus eurem eigenen Lehrbuch habt, guckt euch die gerne parallel an. Wichtig nochmal, merkt euch, dass ihr breite, hohe und dicht stehende Plike Zirkularis vorfindet. Die sind ganz charakteristisch und dementsprechend auch ganz wichtig. Und, dass ihr Glandule duodenales und Brunnerdrüsen auf jeden Fall identifizieren können müsst, das findet ihr entsprechend in der Tela Submucosa. Und das Drüsenzellenzytoplasma entsprechend sehr hell ist und dementsprechend auch nachweisbar ist. Kommen wir dann zum Ilium. Beim Ilium ist es so, dass wir hier niedrigere ausgeprägte Plike Zirkularis haben. Das heißt, sie sind auch weniger zahlreich. Das heißt, hier ein ganz entscheidender Unterschied zum Duodenum. Wenn man das Ganze vergleichen möchte, das wird ja typischerweise in der histologischen Betrachtung gemacht. Also beim Duodenum haben wir diese breiten, hohen und auch sehr dicht stehenden Plike Zirkularis. Hier haben wir deutlich niedrigere Plike Zirkularis, die auch weniger zahlreich sind. Wir haben hier auch tiefere und kürzere Krypten und Zotten. Tiefer wird natürlich anders geschrieben. Bitte entschuldige ich den kleinen Rechtschreibfehler hier. Krypten sind entsprechend tiefer, Zotten kürzer. Also auch das ein ganz entscheidender Unterschied. Und in den Sekundärfolikel finden sich entsprechend dann B-Lymphozyten und hochendoteliale Venen. Das ist natürlich ganz wichtig, um entsprechend dann diese Sekundärfolikel ausweisen zu können. Außerdem haben wir eine Ansammlung von Pyra-Plax, die entsprechend in den Lymphatiki agregiti, also in den Lymphfolikeln, nachweisbar sind. Und diese wölben die Schleimhaut vor- und unterbrechen die Lamina muskosa. Das heißt, hier haben wir entsprechend eine Unterscheidung, die anhand dieser Ansammlung von den Plax entsprechend nachgewiesen werden kann. Also das Ilium, ganz charakteristisch, wir haben niedrigere Pliquet Zirkularis, wir haben tiefere und kürzere Zotten bzw. Krypten, die auch tiefer sind. Und in den Sekundärfolikeln finden wir insbesondere B-Lymphozyten und auch hochendoteliale Venen, die entsprechend nachgewiesen werden können. Das ist wichtig fürs Ilium. Dann wollen wir uns noch das Ilium angucken. Da ist es so, dass wir jetzt wieder ausgeprägte Pliquet Zirkularis haben, aber auch fingerförmige Zotten. Das heißt, das geht so ein bisschen einher. Wir haben Krypten, wir haben keine Brunnerdrüsen mehr und wir haben tiefere Krypten und entsprechend auch Solitärfolikel, die wir hier nachweisen können. Das heißt, das sind wieder ganz typische Anzeichen, die wir ja auch zuvor im Duodenum gefunden haben, die wir aber gleichzeitig auch in Form der tieferen Krypten dann wiederum im Ilium vorfinden können. Und im Ilium ist es entsprechend so, dass wir dann ganz klar auch niedrigere Pliquet Zirkularis haben. Das heißt, das können wir dann wieder dadurch zum Ilium aus- und unterscheiden. Das heißt, ganz wichtig, Unterschied vom Duodenum zum Ilium ist entsprechend, dass wir hier keine Brunnerdrüsen haben. Vom Ilium zum Ilium ist es entsprechend so, dass die Krypten dann doch deutlich tiefer sind und wir dann nochmal kürzere Zotten haben. Und insbesondere, dass wir beim Ilium entsprechend Pliquet Zirkularis haben, die deutlich niedriger sind, wohingegen die beim Ilium entsprechend ausgeprägte Pliquet Zirkularis wir hier vorfinden können. Und abschließend wollen wir nochmal auf das Wichtigste eingehen, allgemein wichtige Informationen, die für eine Prüfung immer relevant sind, die ihr euch deswegen merken solltet. Insbesondere, wenn ihr die histologischen Dinge hier euch schnell angucken wollt. Einerseits ist es nämlich so, dass das Stromer der Zellen beinhaltet unter anderem Schülosgefäße. Dieses solltet ihr auf jeden Fall histologisch unterscheiden können. Das Dünndarmepithel ist einschichtig und hochprismatisch. Und das heißt, wir haben hier hochprismatische Enterozyten, die auf jeden Fall charakteristisch sind. Wir haben die Ansammlung von Playaplugs, die wir in Ilium schon vorfinden konnten. Und wir haben am Grunde der Krypten dann entsprechend Panet-Zellen, die in den Epitea-Apikalen-Granula nachweisbar sind. Außerdem haben wir Panet-Körnerzellen, die sezernieren dann antibakteriell wirkende Substanzen, zum Beispiel Lysosome. Und wir haben eine Regeneration des Darmepithels, die durch Stammzellen vermittelt wird, im unteren Drittel der Krypten. Das heißt, wir haben hier ganz verschiedene Funktionen, die auch durch dieses histologische Gewebe vermittelt wird. Und dementsprechend solltet ihr euch diese wichtigsten Informationen auf jeden Fall merken. Insbesondere natürlich wichtig hervorzuheben, Dünndarmepithel ist einschichtig und hat entsprechend hochprismatische Enterozyten. Auch diese Ansammlung von Playaplugs solltet ihr euch definitiv merken und dass die Regeneration des Darmepithels durch Stammzellen vermittelt werden kann und entsprechend im unteren Drittel der Krypten nachweisbar ist und abschließend eben nochmal ganz wichtig hervorzuheben. Am Grunde der Krypten finden sich entsprechend noch Panet-Zellen, die mit Apikalen-Granula dann entsprechend identifizierbar sind. Und damit soll es auch gewesen sein von diesem Video rund um den Dünndarm, um das Intestinium Tenue. Falls es euch gefallen hat, würden wir uns riesig freuen, wenn ihr uns ein Like da lasst. Gerne könnt ihr unseren Kanal auch kostenlos abonnieren und wir würden uns riesig freuen, wenn ihr auch die Kurse und Bücher für die Vorklinik einmal in der Videobeschreibung auscheckt. Das ist ein bisschen Werbung für diese Prometen bzw. auch für die verschiedenen Endspurtskripte, die euch da sicherlich hilfreich sind. Falls euch das interessiert, checkt den ersten Link in der Videobeschreibung aus und dann wünschen wir euch ganz viel Spaß und auch Erfolg beim Lernen. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Haut rein und ciao.